Dass man mit dem OBUS zu allen wichtigen Veranstaltungen kommt, ist ja nichts Neues. Die Eintrittskarte ist aber auch oft gleich das OBUS-Ticket. Stressfreie Anreise, keine Parkplatzsuche und wieder stressfreie Abreise. Die Bernhofers aus Schäffaum-Tennengebirge haben kein neues Niedrigenergiehaus und somit auch keine Neuheizung. Mit diesen 15 Jahren überlegt man sich jetzt zweimal, ob man das ganze Zeug einfach rausschmeißt und umstellt auf andere Energieträger. Anfänger sowie fortgeschrittene Tourenschiegeher können dort jede Menge lernen und auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Hier am Hambaum, hier ist alles möglich. Heuer setzt die Salzburg AG und ihre 100%-Tochter, die Salzburg Netz GmbH, wieder wichtige Bauprojekte um. Damit schaffen wir wieder eine Infrastruktur, die für mehrere Generationen halten wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017